So, dann mal ein Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin es wieder euer Jesse, ihr seht die Brille ist auf, ihr wisst das wichtigste Video für die nächste Season, Season 24 wird hier gedroppt und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und mein maximales grafisches Talent ausgebracht bzw. in dieses Video eingebracht, also ihr dürft auf jeden Fall überrascht sein. Wie gewohnt werden wir hier die neuen Inhalte und auch die Performance der Klassen in Season 24 ein bisschen beleuchten, für alle die es nicht wissen, die hellleuchtenden, also die türkisleuchtenden Items im Hintergrund, das ist auch das Season Thema, das sind die sogenannten Astralen oder beziehungsweise ätherischen Waffen haben sie sie dann schlussendlich genannt und die sind natürlich mega OP und werden auch mehr oder weniger von jeder Klasse benötigt. Das Video kommt immer ganz kurz erst vor, bevor eine neue Season startet, die neue Season startet am 23.07. um auch die finalen Patchnodes mitzunehmen, denn somit mit der Last Minute Anpassung auf den finalen Patch, der ja am 20.07. kommt, also 23.07. neue Season, 20.07. neuer Patch, da hat sich natürlich nochmal ein bisschen was getan. Selbst sieht die Season schon mal sehr gut aus, wenn ihr natürlich eine der neuen Waffen findet, dann könnt ihr zum Beispiel ein Zweihänder Wirbelwindbarb spielen mit einer 4000 oder über 4000 DPS Waffe und mal so 12 oder 15 Millionen DPS in die Rifts. Also das ist schon mal etwas, was man vielleicht seit längerem, sage ich mal, nicht mehr gespielt hat und was natürlich ganz, ganz gut ist, es werden nicht nur alte Skillungen zurückkommen, beziehungsweise das, was halt schon in den letzten Season ganz gut dabei war, ist jetzt natürlich noch besser dabei, sofern ihr natürlich eine der neuen Waffen habt. Und es kommen auch neue Skillungen rein, bedeutet zum Beispiel der Mönch, deswegen ist auch so der kleine Hint für alle, mal sich den Mönch ein bisschen genauer anzuschauen. Da kommt der Surferbild, habe ich den genannt, das ist hier aufgrund der ganzen Wellen, die hier wegstoßen, beziehungsweise Wellen, welche hier durch den Rift fliegen und einfach die Gegner wegschwimmen. Das Ganze ist jetzt folgendermaßen deshalb, weil der Mönch überarbeitet wurde, das Inerset wurde neu gemacht und kombiniert mit dem ETH Waffen, lassen sich da natürlich diverse Builds spielen. Also sei es jetzt eben hier diese Iners Variante, es gibt aber auch noch eine WOL, LOD Variante, also da, wo er praktisch mit der Glocke rumhämmert, das macht auch super viel Schaden. Und der Mönch ist dieses Mal in der Season endlich und verdient auch mal ganz gut dabei. So, jetzt habe ich schon mal ein bisschen eurer Zeit gestohlen, lasst uns mal direkt einsteigen, wir machen jetzt eine Kurzzusammenfassung, dann werde ich die Klassen im Detail nochmal ein bisschen beleuchten. Kurzzusammenfassung im Hintergrund, hier aufgepasst, die erste grafische Neuerung und zwar die Starter Sets. Die Starter Sets gerankt, ich habe einfach dazu geschrieben, ich meine, kann man glaube ich verstehen, nichts bedeutet, schlechtes Starter Set, farmtechnisch und so weiter, nicht so optimal. Und dann natürlich zum Beispiel wie beim Baba, das Immortal King Set ist jetzt nicht das beste Farm Set, aber dafür ist das Setportal geschenkt, weil Immortal King braucht ja nur das Portallaufen abgeschlossen. Ja, beim Mönch und beim DH sieht es ein bisschen anders aus, damit könnt ihr auch mit den Starter Sets schon relativ gut farmen und seid damit natürlich gut dabei. Aber noch viel wichtiger als die Starter Sets ist natürlich deren finale Endbild, Bestbild oder wie man es auch nennen möchte. Also, welche Klassen profitieren denn am meisten von den ETH-Waffen? Hier mal jetzt im Solo, weil in der Gruppe schauen wir uns das gleich nochmal an. Und hier seht ihr ganz klar, dass manche Klassen fast gar nicht oder beziehungsweise sie profitieren schon, aber bei Weitem nicht so wie zum Beispiel der Mage. Der Mage ist halt zehn Stufen über den anderen Klassen, ist eh klar. War in der letzten Season mega OP, wurde nicht genervt, kriegt zwei Millionen DPS mehr, ist weiterhin mega OP. Die Mönch überarbeitet, auch richtig stark dabei und der Wirbelwindbarb mit den Millionen DPS fährt natürlich auch ganz gut durch die Wifts. Die anderen Klassen, die sind jetzt nicht total für nichts, so würde ich das natürlich nicht sagen. Es gibt diverse Konstellationen, die man natürlich nutzen kann und damit sind wir direkt bei der Rangliste. Wir machen das wie gewohnt. Zuerst, was wird im Vierer gespielt, also was ist Meta? Im Vierer gibt es wieder die Kombination mit zweimal Support und zweimal Damage Dealer. Also Support wird Barbar genommen, der ist immer dabei. Und dann gibt es teilweise Mönch oder Support Demon Hunter, die wechseln sich ab in Abhängigkeit der Kombinationen, die ihr spielt. Ja, das bedeutet also in der Regel oder sehr häufig wird natürlich der Demon Hunter als Supporter genommen, weil als Damage Dealer nimmst du einen Mage und einen Negro beziehungsweise, das habe ich jetzt auch gesehen, einen Hexendoktor. Also es wird auch oft die Kombination gespielt, wo der Hexendoktor dabei ist, als sogenannter Trashkiller. Und wenn ihr einen Hexendoktor im Team habt, dann braucht ihr einen Mönch, damit sich der Hexendoktor zum Mönch stellen kann, damit er nicht immer gleich tot ist. Aber ansonsten, die Konstellationen ist der Kreuzritter als Rift Guardian Killer, wird aus dem Meter ein bisschen weiter verdrängt, weil er eben mit dem Patch auch ein bisschen abgeschwächt wird. Mage ist fix dabei, Negro ist mehr oder weniger auch immer fix dabei. Also ich denke, die gängigste Kombo wird eben eine dieser Variationen werden. Zu den Abstufungen, sprich dann in der Konstellation zum Dreier und Zweier Meter, da werden einfach einmal ein Supporter gedroppt. Das heißt, ihr habt dann praktisch nur mal den Barb oder den Demon Hunter dabei plus die zwei Damage Dealer und dem Zweier droppt ihr dann nochmal einen Damage Dealer. Und schlussendlich bleiben dann eben so Kombinationen wie Mage Barb oder Mage Demon Hunter übrig oder irgendetwas in dieser Art und Weise, in dieser Variation, um das Ganze dann hier mal ein bisschen anzuspielen. Wenn wir jetzt dann auf die Solo Ranks gehen, von den Solo Ranks her, wie schon gesagt, da ist natürlich der Mage führend. Wenn es jetzt rein um Solo geht, ist ja auch kein Wunder, weil der Damage Output von dem Mage ist natürlich extremst hoch. Also das kann man sich auch gar nicht schönreden. Ihr spielt eigentlich die Spiegelbilder-Kombination, also Feuervogelset mit den Spiegelbildern. Der ganze Damage, der da reinprasst mit den neuen Waffen, wo dann nochmal 100, 200, 300 Prozent mehr Schaden rausgehen, die Sache hat sich, glaube ich, selbst erledigt. Danach dann der Mönch, also auf den Mönch ist ein Augenmerk gelegt worden, finde ich auch gut, weil da halt die Kombination hast beim Mönch mit dem Inas. Also es hat das Inas ganz gut performt, davor war es WOL, aber jetzt zu den finalen Patchnotes wurde natürlich WOL nochmal gebufft über eben die Waffe. Und das bedeutet also, Mönch ist auch ganz weit und ganz vorne dabei. Und das ist auch mein persönlicher Tipp, weil immer gefragt wird, Jesse, was spielst du? Ich werde jede Klasse spielen, weil ich möchte gern das Achievement mit den 21 Waffen holen, aber primäre Farmklassen werden für mich einerseits der Mönch und der Mage sein und ein Demon Hunter für die Bounties. Aber ich werde Indie-Season mit dem Mönch starten, weil Uliana-Set und dann das Inaset, das kann man mehr oder weniger nur empfehlen. Also wenn ihr nicht wisst oder wenn ihr nur eine kurze Season machen wollt, bitte einmal Mönch nehmen, ist garantiert keine Fehlentscheidung. Das wird sehr, sehr viel Spaß machen. Solltet euch das Inas nicht zusagen, könnt ihr immer noch auf einem klassischen WOL-Bild, das ist der eben mit der Glocke, wo ihr einfach die Glocken rein droppt und die Monster sterben links und rechts. Das könnt ihr dann hier auf jeden Fall immer noch spielen. Ist auch eine sehr gute Empfehlung für die aktuelle Season. So, jetzt müsst ihr mal kurz mal Luft holen. Also, machen wir noch die letzten Klassen, noch ein bisschen Konzentration, Freunde, dann habt ihr es geschafft und am Ende gibt es noch eine kleine Überraschung. Weiter geht es dann mal mit dem Dämonenjäger. Also, Dämonenjäger so als Bounty-Farmklasse oder generell als Farmklasse natürlich sehr, sehr zu empfehlen. In der Season Millionen DPS, die Waffen matchen ganz gut rein. Es ist auch nicht zu schwer für den Dämonenjäger die richtige Waffe zu bekommen. Solltet ihr also auf jeden Fall mal im Blick haben. Nach dem Dämonenjäger dann der Barb, genauer gesagt hier der Wirbelwind-Barb. Ich habe den ein bisschen weiter in die Mitte geschoben. Es ist zwar im Solo-Push und so weiter ganz funny mit einer Zweihandwaffe zu spielen, aber effektiv farmen, Bounties oder so kann man damit nicht, wenn man immer wieder mal Wutprobleme hat. Das heißt also, da müsst ihr immer darauf achten, dass genügend Gegner da sind. Da ist es effektiver mit den alten Waffen-Kombos, zum Beispiel mit den Bulcatus und so zu spielen, anstatt die neue zu nehmen. Aber in den Greater Rift, wenn es darum geht, die Rifts nach vorne zu pushen, kommt ihr natürlich bei der neuen Schrägstrich-ETH-Waffe nicht vorbei. In der Meta oder im Speedfarmen oder whatever seid ihr natürlich dabei, aber nur als Support-Klasse. Das bitte nicht vergessen. Dann gehen wir zum Nekro. Also Nekro ist ja eine der Klassen, die auch zuerst mal genervt wurden und zwar das beliebteste Set, das was relativ neu reinkam. Das wurde sehr, sehr stark abgeschwächt, schon in Vorbereitung auf die ETH-Waffen, weil die Kombination mit ETH-Waffen und dem alten Set wäre einfach viel zu krass gewesen. Deswegen haben sie das abgeschwächt, reicht aber immer noch, um im Solo damit hochzuspielen. Und in der Gruppenvariante gibt es dann sowieso die LOD-Skillungen vom Nekro. Die LOD-Skillungen, wo er eben mit der Sense, Schrägstrich, Nova-Explosion oder sonstiges spielt, ist natürlich auch immer wieder mal sehr stark am Kommen in der Konstellation bzw. in diesen Variationen. Und dann geht es weiter mit dem Kreuzritter. Das ist die zweite Klasse, in welche genervt wurde. Es waren auch die einzigen zwei Nerfs von der letzten Season zur aktuellen Season. Dort wurde eben das Set, was er relativ neu bekam, nochmal genervt. Das wurde jetzt über die letzten Seasons immer wieder mal genervt. Deswegen schiebt es ihn auch ein bisschen weiter zurück. Aber die gute Nachricht ist, im Solo geht es noch und man kann zum Beispiel auch eine Alternativskillung spielen. Wenn man sowas im Hintergrund sieht, es gibt so einen Dornenbild, der war ja immer wieder mal sehr beliebt. Und das gibt es natürlich auch wieder in der Variante mit den ETH-Waffen. Das heißt also, so ein Dornenbild kann man immer wieder auch gerne mal mitnehmen. So, und wer jetzt mitgezählt hat, ich glaube einer müsste uns noch fehlen und das ist natürlich der Hexendoktor. Er ist halt nicht so stark in der Season, um zu sagen, ist nicht so gut dabei. Profitiert zwar ein bisschen auch von den Waffen, schiebt ihn ein paar Wolves nach vorne. Aber unterm Strich gibt es natürlich vielleicht die ein oder andere bessere Wahl. Also ihr könnt spielen, beziehungsweise ihr solltet sowieso alle Klassen spielen, um das Achievement zu holen, damit ihr hier die Waffen mehr oder weniger, zumindest die Skins der Waffen behalten könnt. Denn das ist auch noch etwas, das möchte ich jetzt extra am Ende des Videos nochmal kurz erwähnt haben. Es ist in der Season neu, dass am Ende der Season alle Waffen gelöscht werden. Also die Waffen werden nicht in die Non-Season mit übernommen, weil sie einfach zu stark sind. Das ist ein reines Season-Thema. Und das Einzige, was ihr machen könnt, ist, wenn ihr alle 21 unterschiedlichen Waffen mal gefunden habt, kriegt ihr einen Erfolg, ist so eine Heldentat. Und dann könnt ihr die Transmox, die sehen jetzt nicht ganz so gut aus, aber die könnt ihr behalten. Die Waffen werden euch am Ende wieder genommen. Ja, da sind auch die ein oder anderen nicht ganz so zufrieden. Dann könnt ihr ja unten in die Kommentare mal verraten, ob ihr das gut findet, dass ihr die Waffen, die ihr ewig farmen müsst, wieder verliert. Oder ob euch das egal ist und euch der Transmox reicht. So, jetzt bin ich aber wirklich fertig. Jetzt bedanke ich mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da. Für die, die es noch nicht getan haben, vergesst nicht, den Channel zu subscriben, weil wir haben halt den Diablo-Shit und es kommt jetzt sehr, sehr viel Diablo über die nächste Zeit. Und ich werde euch jetzt noch zum Schluss zwei wichtige Videos einblenden. Einmal den Level-Trick bzw. den Loot-Level-Trick für die ETH-Waffen, also für die Waffen, worauf ihr da genau achten müsst. Das ist nämlich auf dem Uncut-Kanal, habe ich das hochgeladen. Das habe ich im Stream mal ausführlich erklärt, findet ihr dort. Und natürlich auf der anderen Seite die Patch-Notes, damit ihr überhaupt wisst, okay, was erwartet mich hier, was sind denn so die aktuellen Patch-Notes. Ja, jetzt wurdet ihr gut informiert, hoffe ich mal. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wie schon gesagt, ab der Mitte in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.